Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Der nimmt zum Beispiel die ganzen hergestellten Sachen, die wir so haben. Das heißt, wir können unsere gesamten Sessel verkaufen und die sind eigentlich relativ viel wert. Das ist ganz cool. Hallo und herzlich willkommen zu RimWorld. Es hat sich viel getan seit der letzten Episode. Für den Moment konzentrieren wir uns aber mal auf den Angriff hier. Wir werden nämlich vom Mechanoidenschwarm angegriffen. Ich habe mal meine Leute hier schon zusammengezogen, teilweise zumindest. Und das ist das, was uns angreift hier. Wir haben eine Raupe mit einer Inferno-Kanone. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das werden wir dann wahrscheinlich bald rausfinden müssen. Und hier haben wir noch zwei Schnitter. Die haben irgendwie so Energielanzen ausgerüstet und sind wieder über 1000 Jahre alt. Die Raupe ist noch nicht mal 1000 Jahre alt. Die ist noch richtig jung. Ja, und das Problem ist, die schießen aus der Reichweite schon auf uns. Ich habe gedacht, ich hole euch mal dazu, weil das wieder ziemlich interessant ist. Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt so einen Mechanoidenschwarm-Angriff. Ich dachte, die kommen nur aus so Raumschiffen raus oder aus solchen Räumen. Ich habe die vorher noch nie gesehen sonst. Und ich habe auch so eine Entfernung-Kanone noch nie gesehen. Das heißt, ich habe ein bisschen Schiss jetzt. Das Problem ist, wir können das Feuer nicht erwidern. Wir stehen zu weit weg. Die sind außerhalb unserer Schussweite. Das heißt, wir müssen hier jetzt irgendwie reingehen. Und das ist super blöd, wenn da diese gefährliche Raupe unterwegs ist. Ich denke, wir ziehen jetzt einfach mal alle Leute zusammen. Gucken, was die machen. Und gehen dann da irgendwie runter. Versuchen irgendwie in Deckung zu bleiben, nach Möglichkeit. Die zerschießen uns hier die Sandsäcke. Ich habe hier mal ein paar Nahkämpfer um die Seite rumgeschickt. Vielleicht können wir da von hinten irgendwie an die ran. Aber ich habe da kein gutes Gefühl dabei, mit Nahkämpfern reinzugehen. Wir haben inzwischen ziemlich viele Schützen, glücklicherweise. Nadine ist auch noch ein Nahkämpfer. Die schicken wir auch mit da runter. Und Blanchard kommt noch hier mit her. Und, ja, ich weiß nicht, was wir da am besten machen. Die Raupe ist eigentlich das, wo ich mir am meisten Sorgen mache. Vielleicht ist die Reichweite von der Raupe nicht so gut. Dann könnten wir die Raupe erledigen, bevor wir die beiden machen. Das wäre so meine Hoffnung eigentlich. Die Sandsäcke müsste eigentlich noch ein bisschen durchhalten. Schauen wir mal. Mal sehen, wann die Raupe in Reichweite kommt. Bea steht da hinter der Mauer. Das ist nicht so praktisch. Die stellen wir mal da hoch. Okay. Langsam geht es los. Kannst du da rein? Nee, sie kann da nicht rein. Oh. Nicht gut. Direkt wieder hier in Deckung. Und kommt die Raupe zu uns? Sieht so aus. Ich glaube, die zerstören jetzt unsere Torred. Ja, die ist schon kaputt. Nice. Auf geht's. Hier wird ordentlich geballert. Oh. Zari brennt und rennt vor. Das ist nicht gut. Oh je. Die Raupe ist aber fast tot. Boah. Inferno-Werfer. Oh nein. Ich glaube, Zari... Ja, Zari. Wir haben Zari verloren. Oh mein Gott. Das wird wirklich immer schlimmer hier. Das ist unser Puma. Das ist auch schon verletzt. Die Raupe ist down. Das heißt, wir gehen jetzt einfach rein. Das ist das Einzige, was wir machen können. Hier brennt alles. Oh je. Das läuft echt schon wieder ziemlich mies. Gehen wir mal hinter den Bäumen in Deckung. Ungefähr da und da. Und dann nehmen wir noch den Baum und... Vielleicht den Baum. Und die Annemarie stellen wir einfach hier hinten mit hin. Auf die wird dann eh nicht geschossen, weil sie die hinterste ist. Oh, sofort down. Ein Schuss. Feuer frei. Annemarie hinter den Baum. Wow. Die sind super gefährlich. Gut, der ist down. Oh mein Gott. Wir haben schon wieder einen verloren. Wir verlieren hier ständig Siedler. Kampfmodus beenden und... Cleo retten. So, die anderen hier. Kampfmodus beenden. Kannst du da irgendwas tun? Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus, Angriff. Gut, die sind schon automatisch wieder aus dem Kampfmodus. Rausgegangen, die Nahkämpfer. Kein Ding. Und die machen wir auch mal weg hier. Die Raupe, um die können wir uns später kümmern. Das dauert wieder ewig, bis die stirbt. Die Schnitter hätte ich ganz gerne weg. Das sammeln wir alles wieder ein. Okay, fertig. Kampfmodus beenden. Ausziehen. Und Feuer austreten vielleicht. Na gut. Wer kann denn das? Das geht wahrscheinlich nur, wenn wir hier eine Zone ausweisen. Machen wir das mal kurz. Hier ist eigentlich sowieso überall Heimgebiet. Annemarie. Kimi. Muss doch irgendwer. Löscht Feuer. Nadine. Löscht Feuer. Ja. So. Haben wir irgendwen, der behandelt werden muss? Ich denke, die sind schon im Bett. Cleo ist im Bett. Blanchard ist hier. Die soll direkt mal die Cleo behandeln. Oh mein Gott. Oh nee. Sari. Das ist super blöd. Sari war nicht schlecht. Sari war unsere Landwirtin. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich weiß gar nicht, wer jetzt noch Landwirtschaft machen kann. Acht. Ja gut, immerhin acht. Sie hatte 15, die Sari. Das ist natürlich ein ziemliches Downgrade. Hm. Das muss jetzt alles Blanchard machen. Dann müssen wir dann Prioritäten so ein bisschen ändern. Dann macht sie vielleicht Mechaniker nicht mehr so viel. Und Träger und Reiniger können dann auch irgendwer anders machen. Die ist dann wirklich gut beschäftigt. Passieren wir auf zwei. Bei Blanchard nicht. Annemarie kann man auf zwei stellen. Wir haben ja jetzt zwei. Ähm. Zwei. Wie heißt das? Bauarbeiter? Konstruktion. Genau. Annemarie und. Wer war es? Ich glaube Bea. Genau. Bea ist noch so gut. In Konstruktion. Das heißt, Annemarie ist so ein bisschen entlastet. Mal gucken. Blanchard. Gut, die ist in Ordnung. Wer hat denn hier eine Fernkampfwaffe? Cleo. Cleo hat ihre Waffe verloren. Die haben wir schon wieder eingesammelt. Kein Ding. Haben wir nicht. Die liegt da noch. Gut. Die müssen wir dringend einsammeln. Unser Puma ist verletzt. Dem geht es aber sonst einigermaßen gut. Wir haben zu wenige Betten. Wir haben unglaublich viele Tiere. Es hat sich, wie gesagt, ziemlich viel getan. Ich bin schon wieder ein Weilchen dabei. Ich habe gedacht, ich schaue mal, dass hier was vorangeht. Ja, unsere Turret ist natürlich auch kaputt. Dann reißen wir das da mal ein, damit wir da wieder eine Turret reinstellen können. Ich denke, das geht sonst nicht. Wir haben einen Bären dazu bekommen. Wo ist der denn? Chrisli Bär 2. Das hier müsste der neue Bär sein. Der hat noch nichts gelernt groß. Doch, das ist unser alter Bär. Der hat auch schon viel gelernt. Das ist Chico. Das hier ist der neue Bär. Und wir haben einen Puma dazu bekommen. Das kennt ihr ja schon. Das ist hier unten unterwegs. Und wir haben wieder einen neuen Babybären. Mal sehen, ob wir den finden. Ich habe keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Am besten wahrscheinlich übers Menü. Chrisli Bär, junger Bär. Ah, okay. Hier ist das Silhouette. Hier ist der junge Bär. Da. Bären Junges. Super cool. Also man kriegt da relativ häufig wieder Jungtiere dazu. Und das heißt, wir haben jetzt richtig viele Haustiere und zu wenige Betten. Ich will jetzt nicht groß neue Ställe hier bauen, sondern ich habe eigentlich vor, da hin und wieder mal so ein Tier zu verkaufen. Wir haben einfach viel zu viele. Wahrscheinlich wird das wieder den Siedlern nicht so gut gefallen, wenn wir die verkaufen. Aber wir müssen ja auch irgendwoher ein bisschen Silber kriegen. Gut, wir haben jetzt ziemlich viele im Moment, aber ich würde auch gern was kaufen, wenn wir irgendwann mal was angeboten kriegen. Wenn wir die freigeben, was passiert dann mit denen? Man kann doch mit denen nichts machen, oder? Silber? Nee. Hm. Na gut. Die hatten auch keine Waffen für uns dabei, leider. So ein Inferno-Werfer wäre schon ganz nett gewesen. Hunger. Taz ist am Verhungern. Wieso ist Taz denn nichts? Achso, Taz ist im Moment wieder... Was heißt wieder? Das erste Mal, glaube ich, hatte sie irgendwie einen Nervenzusammenbruch. Ich weiß gar nicht warum. Die Stimmung ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Ist auch jetzt nicht schlecht. Das war nicht nachvollziehbar für mich. Das war einfach komisch. Hier steht auch überhaupt nichts. Da steht einfach nur traurige Gedanken. Null. Hm. Ist alles zu viel. Die scheint da einfach irgendwie ein bisschen problematisch zu sein. Können wir nicht groß ändern. Dann... Ich habe hier mal ein kleines Lager gebaut, dass wir die Medizin direkt im Krankenraum haben und nicht so weit laufen müssen. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Ansonsten habe ich wieder ganz viel Sessel gebaut. Sessel normal ist jetzt nicht so toll. Gut. Exzellent. Die deinstallieren wir einfach wieder alle und ich hoffe, ich verkaufe die irgendwann. Wir haben immer so viel Leder. Das verarbeite ich so auf die Art und Weise ein bisschen. Exzellent. Schön. Und... Ja. Dann haben wir eben Taz dazu bekommen. Das... Die kennt ihr, glaube ich, auch noch nicht, ne? Die ist ganz neu. Und... Die ist ein bisschen problematisch, wie wir sehen. Also der hat irgendwie so ein bisschen... Ja... Nervenzusammenbruch-Probleme. Die ist da ein bisschen kritisch. Cleo wird jetzt hier eingeäschert. Schon wieder jemanden verloren. Ah, nicht Cleo, sondern Sari natürlich. Cleo haben wir noch. Mein Gott. Cleo nicht auch noch. Ja, ansonsten Taz hatte auch schon einen Herzinfarkt. Das war dann mein erster Herzinfarkt bis jetzt. Das habe ich noch nie gehabt vorher. Und... Die war, glaube ich, ganz weit weg. Die war irgendwo hier oben. Im Gebirge hatte sie einen Herzinfarkt. Ich habe hier so ein bisschen die Gebirge durcharbeitet. Habe da überall mal reingeschaut. Und wir konnten sie aber glücklicherweise retten. Ich glaube, das war auch ziemlich knapp. Die ist dann zurückgekommen. Ist auf dem Weg zusammengebrochen. Da mussten wir sie einsammeln. Das war also... Wieder ziemlich spannend. Aber wir haben sie auf jeden Fall durchgebracht. So. Jetzt sind alle wieder gesund. Taz hat immer noch Hunger. Und Cleo braucht eine Waffe. Gut, die schicken wir mal hier. Achso. Die Waffe liegt hier ja noch. Dann kann sie sich die direkt wiederholen. Machen wir das so. Perfekt. Genau. Und Kimi kennt ihr auch noch nicht. Die ist auch zu uns übergelaufen. Das hat ganz gut geklappt mit den beiden. Mit Taz und Kimi. Kimi ist ziemlich gut in Medizin und Sozialem. Ist auch kein schlechter Nahkämpfer. Keine schlechte Nahkämpferin. Wir haben jetzt übrigens nur noch Frauen, abgesehen von Blanchard. Der ist so ein bisschen der Hahn im Koop hier, wie es aussieht. Das ist also, keine Ahnung, nur noch Frauen übrig geblieben. Die Männer sind alle gestorben. Die Draufgänger. Ja, und ansonsten bin ich immer noch dabei hier. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie dieses Blasdal ranzubekommen. Durch den Handel konnte ich es bis jetzt nicht bekommen. Wir haben auch nichts mehr, wo wir reinschauen können, glaube ich. Keine Räume mehr. Das heißt, wir müssen jetzt einfach abwarten, wie es aussieht. Und hoffen, dass wir irgendwann mal so ein bisschen Blasdal bekommen. Mal gucken, wie das dann funktioniert. Ich hatte das, glaube ich, schon mal. Irgendwo habe ich das schon mal bekommen, aber ich weiß nicht mehr, woher. Ich war in der Technologie noch nie so weit, dass ich dann hier nicht mehr weiterkam. Forschung, gibt es nichts mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich dieses Blasdal. Muss mal gucken, wo wir das herbekommen. Na gut, das haben wir jetzt auf jeden Fall ziemlich gut überstanden. Hier, da bin ich zufrieden. Das ist ganz schön. Die Minigun müssen wir auch unbedingt einsammeln. Sari war auch so eine gute Schützin. Total traurig, die zu verlieren. Also wenn die Siedler anfangen zu brennen, ist das super kritisch. So ist ja auch Helga gestorben. Die haben sie auch angezündet. Na gut, ich habe hier mal Teppich verlegt dazwischen. Ich habe das auch alles überdacht. Also die Gänge hier sind auch alle überdacht. Und das mit dem Teppich war so ein bisschen Overkill, glaube ich. Der hätte ich lieber Stein genommen oder so. Das ist alles ziemlich dreckig. Muss mal einer sauber machen. Kimi kommt gerade und macht sauber. Wir haben nämlich nicht so viel Stoff, um das hier alles wirklich mit Teppich auszulegen. Aber ich habe gedacht, wir machen das jetzt einfach mal. Dann ist es hier wieder ein bisschen schöner. Ansonsten klappt es eigentlich ganz gut. Bea ist die Einzige, die immer so ein bisschen Stimmungsprobleme hat. Weil sie ja ihren Sohn Wolfgang verloren hat. Und das klappt aber trotzdem einigermaßen gut. So, jetzt hat sie auch noch minus 8, weil Freunde gestorben sind. Ei, ei, ei. Das wird wahrscheinlich noch mehrere betreffen. Kolonist gestorben, ja. Das passiert jetzt immer häufiger irgendwie. Erschöpfung, Tass. Hm. Dauert ganz schön lange bei ihr. Schild und Fernkampfwaffe. Da müssen wir das Schild wieder ablegen. Die nehmen immer direkt so ein Schild auf. So, wo liegt das Schild jetzt? Das müssen wir jetzt erstmal wieder finden. Hier oben. So, da liegt es. Und hier liegt auch noch eins in der Tür. Jetzt haben wir das auch mal ein. Und wir haben wieder überall Feuer. Die ganze Zeit, das ist das dritte Gewitter, ich glaube, nacheinander. Innerhalb von ein paar Minuten. Das kommt wirklich häufig vor. Hunger. Tass hat immer noch Hunger. Erschöpfung ist auch Tass. Jetzt ist eine Kleidung. Und Feuer ist jetzt weg. Alles klar. Läuft also wieder diese Granit-Skulptur hier. Die ist riesengroß. Aber die ist auch total cool. Die bringt halt 170 Attraktivität. Das ist schon richtig, richtig heftig viel. Das macht den Raum jetzt plötzlich reich. Wenn ich die da rausnehme, dann ist der, glaube ich, ja, ich weiß nicht, fast reich, irgend sowas. Also wahrscheinlich deutlich weniger. Die ist ganz, ganz nett. Das hat unglaublich lange gedauert, die zu bauen. Also ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Mal gucken. Riesige Skulptur. Arbeitsaufwand 1600. Das ist halt richtig viel. Wenn wir jetzt so eine Weste herstellen, dann ist das zum Beispiel 334 Arbeitsaufwand. Da hat man so ein bisschen den Vergleich, weil Kleidung herstellen ist eigentlich auch ziemlich aufwendig. Aber das Ding hat hier wahrscheinlich zwei Saisons gedauert, bis wir das fertig hatten. Okay, das Puma wird behandelt. Alles klar. Bea repariert hier alles. Da hat der Blitz in unsere Stromkabel eingeschlagen, wie es aussieht. Ein Großhändler kommt. Cleo hat nichts zu tun. Das wundert mich so ein bisschen. Cleo. Die hat eigentlich genug zu tun, was wir sie finden. Ach so, die macht kein Handwerk. Das ist natürlich doof. Dann hat sie wirklich nicht viel zu tun. Die Handwerker müssen hier alle unsere Brocken verarbeiten. Das heißt, die sind immer gut beschäftigt. Kimi guckt sich das hier an. Das ist auch wieder ganz cool. Da ist wieder so ein Text dabei hier. Diese Schnitzerei schildert von Walter Sascha Crosby, als er als andere ihr Mitgefühl aussprechen, an dem Stress zerbricht und aufgibt. Okay. Da hat sich scheinbar sogar jemand um ihn gekümmert, aber das hat wohl nicht gereicht. Hatte wohl genau den Gegenteil. Den gegenteiligen Effekt, als dass es ihm irgendwie geholfen hat. Sascha schaut hilfesuchend gen Himmel. Da ist ein Hügel nahe des Bildrandes, während das Bildnis in Dila und Weißtönen schattiert ist. Diese Darstellung berichtet von Sascha via Aufgabe. Am 5. im Winter 5501. Anno Domini nehme ich an. Keine Ahnung, was das für eine Zeitrechnung ist. Klingt so ein bisschen nach der christlichen 5500. Könnte doch hinkommen. Bis dahin haben wir vielleicht das All dann so ein bisschen erhobert. Und der Großhändler müsste jetzt irgendwo mal ankommen. In der Nähe eingetroffen. Okay. Das sind Großhändler. Ein Handelsschiff. Ah, okay. Händlerexporte. Handelsschiff. Das ist das erste Handelsschiff. Super cool. Jetzt schnappen wir uns Seva. Schicken die mal hier hoch. Händlerexporte. Großhändler. Der hat bestimmt das, was wir brauchen. Ich hoffe es. Der erste Händler. Und? Nice. Damit du Gegenstände oder Silber zu einem Händler schicken kannst, musst du ein orbitales Funkfeuer platzieren. Und ein Lager mit Gegenständen zum Handel in Reichweite des Funkfeuers erstellen. Das wissen wir ja inzwischen schon. Und jetzt haben wir nochmal die Bestätigung. Der hat jede Menge Wildschweine zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir Wildschweine brauchen. Da haben wir eigentlich genug von. Wir können auch Tiere verkaufen. Bärenjunges für 122. Puma Lobe 121. Das Puma könnten wir auch verkaufen. Silhouette können wir verkaufen. Die großen Grizzlies sind so ein bisschen mehr wert. Ich glaube, wir verkaufen... Hm. Unser neuen Grizzly. Da bin ich mir nicht sicher, welcher das ist eigentlich. Ich will nicht den falschen verkaufen. Das heißt, da muss ich nochmal nachschauen vorher. Den großen Grizzly, den neuen, werde ich auf jeden Fall verkaufen. Wir haben ja schon zwei große. Und ich glaube, die Jungtiere verkaufe ich fast auch. Die sind auch gut was wert. Und die brauchen sehr lange, damit die wachsen und mehr wert werden. Die Buma Lobe könnten wir auch verkaufen. Das ist so ein bisschen ein Risiko, wenn die bei uns in der Base hochgeht. Das ist dann auch nicht wirklich von Vorteil. Ich weiß nicht, ob wir das Puma behalten sollen. Ich finde das ganz cool. Können wir ja auch mal behalten. Dann haben wir so ein paar unterschiedliche Tiere. Und der hat richtig viel Silber. Das müssen wir jetzt ausnutzen. Okay. Der hat auch Stoff. Bauteile. Okay. Bauteile. Die sind sogar normal vom Preis her. 24. Ich denke, die kaufen wir alle. Die sind nicht so teuer. Und wir brauchen dringend welche. Was hat er denn noch? Und was cool ist, Neutramin brauchen wir natürlich auch. Boah, 700. Billig. Hmm. Also 700 können wir uns nicht leisten. Aber wir können ja auch eintippen eigentlich. Wir können mal 100 zum Beispiel kaufen. Das kostet dann jetzt 700. Oh. Wir müssen dringend auch irgendwas verkaufen. Das wäre ja recht wichtig. Himmoleder, Hirschleder. Medizin hat er auch. Medizin ist aber teuer. Die stellen wir dann lieber selber her aus Neutramin. Wir brauchen ja nur Neutramin und Stoff, um Medizin herzustellen. Und das sind ja dann schon mal 100 Medizin. Das ist ein bisschen günstiger als die Medizin direkt zu kaufen. Rauchblatt-Joints können wir uns auch selber herstellen. Flake, Naio, Plastal. Da haben wir Plastal. Preis ist billig. Das Zeug ist auch überhaupt nicht teuer. 8000 habe ich jetzt nicht. Schade. Plastal kaufen wir vielleicht mal 100. 50. Oder 200. Ich weiß nicht, wann da wieder ein Händler kommt. Und wir brauchen das Zeug dringend. 4000 im Minus. Oh. Mal gucken, ob ich das irgendwie auf die Reihe bringe hier. Schauen wir mal. Ich verkaufe alles, was geht. Und dann gucken wir mal, ob das ausreicht. Stoffparker überlegen. 35% weg damit. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Der nimmt zum Beispiel die ganzen hergestellten Sachen, die wir so haben. Das heißt, wir können unsere gesamten Sessel verkaufen. Und die sind eigentlich relativ viel wert. Das ist ganz cool. So ein Biberledersessel. Meisterlich. Der ist schon 425 wert. Das ist schon ganz schön viel eigentlich. Und der überlegene ist nur halb so viel wert. Cool. Das ist ja mal ganz interessant. Ich weiß auch nicht, ob wir den wirklich verkaufen sollen. Ich denke, den behalten wir meisterlich. Das ist schon... Hm. Der ist bestimmt das Silber wert. Das heißt, ich denke, wir werden ihn behalten. Ansonsten werden wir den ganzen Rest hier mal verkaufen. Und dann hoffe ich, dass das ausreicht. Das ist dann eigentlich schon einiges. Wir haben ja auch ein bisschen Silber rumliegen. So ist es ja nicht. Das kann alles weg. Überlegen. Ist schon ziemlich nett. Exzellent. Ich denke, die drei behalten wir vielleicht nur... Vielleicht auch nur den meisterlichen. So. Jetzt sind wir bei minus 1177. Und ich denke, das machen wir jetzt einfach. Wir können ansonsten nichts mehr verkaufen. So ein paar coole Hosen, die ich eigentlich behalten möchte lieber. Kragenhemd. Steinbaum. Ja, das Kragenhemd können wir eigentlich noch verkaufen. Das ist schon ziemlich kaputt. Mehr geht eigentlich nicht mehr. Dann hätten wir 200 Blaster. Das müsste erst mal reichen. Wir können auch genug Medizin dann herstellen, um unsere Betten zu bauen. Das ist auch cool. Und... Ja, dann müssten wir noch so ein paar Grizzlies vielleicht verkaufen. Ich würde ganz gern Silber von ihm nehmen und ihm nicht Silber mitgeben. Weil die anderen Händler immer kein Silber für uns haben. Hmm... Gut, ich muss nochmal unsere Tiere checken. Einen der Bären werde ich dann noch verkaufen. Und zwar einen der großen Bären. Okay, das mache ich jetzt mal. Ich checke mal unsere Tiere durch. Und das nehmen wir jetzt einfach an. Geht nicht. Hmm... Wahrscheinlich, weil das Silber nicht in Reichweite liegt, nehme ich jetzt mal an. Das heißt, ich muss nochmal wiederkommen. Dann ändern wir das mal in... 100. Geht das? 100. Ah, läuft. Annehmen. So, jetzt kommt das hier runtergeflogen. Landet direkt neben unserer Base. Bauteile. Silber. Silber. Blastal. Oh, super nice. Wir haben jetzt Blastal. So, welchen Grizzly wollten wir verkaufen? Wo sind die Grizzlys überhaupt alle? Ich sehe keinen einzigen. Tiere. Wir wollen den Grizzlybär 2, glaube ich, verkaufen, oder? Training, Sozialbedürfnis, Tiere. Wo sieht man das am besten? Nichts, nichts. Tass. Grizzlybär 2 müsste das sein. Training? Ja, Grizzlybär 2 verkaufen wir. Und dann verkaufen wir das Puma einfach auch noch. Wir können uns ein neues zähmen. Mal gucken, ob irgendwer hier beeinflusst ist, weil wir Tiere verkauft haben. Ich glaube nicht. Sieht eigentlich gut aus. Ich denke, wir verkaufen noch ein paar Tiere. So, aber wir müssen vorher vielleicht bei den Tieren überall nichts eingeben. Dann dürfte das wirklich niemanden beeinflussen. Nicht, dass wir da irgendwie einem Meister sein Tier wegverkaufen. Jetzt schnappen wir uns nochmal die Seva. Verkaufen den Grizzly Nummer 2. Da oben. Und hier unten müssten wir irgendwo noch Silber lagern eigentlich. Möglichst in Reichweite. Hm, ich denke, ich baue da mal so ein extra Lager hin. Zone, Gebiet, Lagerzone. Dann machen wir das mal so, dass wir das abreißen. Zone entfernen heißt das. Und dann eine Lagerzone hinmachen. Mal sehen, ob das geht. Nee, das geht nicht. Dann müssen wir die Zone ein bisschen anders machen. So. Lagerzone. Und. Dann löschen wir alles. Wir fügen hier nur Silber hinzu. Wo ist das? Rohstoffe. Silber. Hm, wie ist das denn da mal? 20. Das ist komisch. So. Priorität machen wir auf kritisch. Dann haben wir da zumindest immer, ich glaube, 200 Silber oder so liegen. Oder wie viel stackt das? 75. Stahl. Das ist über 500. Das dürfte reichen. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was liegen. Oder wir erweitern die Zone vielleicht noch um 1. So. Nicht so einfach. Machen wir das so. Und von hier unten erweitern wir nach oben. Hat nicht geklappt. Okay, da kümmere ich mich dann nochmal drum. Dass wir das vielleicht ein bisschen abändern. Die Stammeskleidung werde ich wahrscheinlich alle zerstören. Nehme ich mal an. Die kauft keiner und wir können die auch nicht gebrauchen. Die taugt nix. So. Wir verkaufen jetzt noch den Grizzly. Grizzly Bär 2. Und der ist schon ganz schön alt. Vielleicht sollten wir die auch verkaufen, wenn die irgendwann so über 10 Jahre alt werden. Zum Beispiel der Hund. Hm. Sila ist halt schon ziemlich alt. Ich weiß es nicht. Können wir mal abwarten, wie alt der wird. Und dann sehen wir das ja. Wir wissen es das nächste Mal. Und das Puma. Das Puma ist cool. Ich will das eigentlich behalten. Ich glaube, das behalten wir einfach. Wir können es uns ja leisten. Also behalten wir das. So. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Silber in der Umgebung liegen. Können wir nochmal ausprobieren, ob wir vielleicht noch ein bisschen Plastal kaufen können. Plastal war irgendwo hier unten. So, 18 Plastal können wir noch kaufen. Nehmen wir wieder an. Und haben wieder ein bisschen was gekauft. Und jetzt kann der Händler dann von mir aus abziehen. Wir haben hier gerade eine Party. Die haben wir so ein bisschen verpasst. Siva schmeißt eine Party. Und wir lassen sie nicht mitmachen. Super cool. Die haben hier auch ein bisschen Spaß. Ich denke, das ist ganz gut für die Stimmung. Ich habe hier extra so einen Hochzeitsplatz und einen Partyplatz ausgewiesen. Der Partyplatz ist da ziemlich klein. Das heißt, die machen hier jetzt immer in diesem Raum Party. Ist, glaube ich, auch der schönste Raum, den wir haben fast. Reichtum 4000. Na, der hier ist noch schöner, weil da diese riesige Granitskulptur drin steht. Und die kleine auch noch. Die können wir dann eigentlich mal woanders hinstellen. Auch wenn sie schlecht ist. Neu installieren. Zum Beispiel hier drin. Mach es mal so. Dann ist es hier auch ein bisschen schöner drin. Perfekt. Das war es dann auch schon wieder. Die Episode ist schon wieder ziemlich lang geworden. Es ist total viel passiert. War wirklich spannend. Und die machen hier so ein bisschen Party. Tass ist jetzt auch wieder bei uns. Er holt sich so ein bisschen von ihrem Nervenzusammenbruch. Und wir haben jetzt endlich Blaster all. Das heißt, wir können jetzt dann loslegen, diesen Multi-Analysator zu bauen. Gold haben wir ja auch. Und dann wird hier auf jeden Fall wieder richtig was vorangehen. Ich bin super gespannt. Und dann schauen wir mal, was wir da alles noch erforschen können. Dass wir uns hier mal ein bisschen besser gegen diese Mechanoiden-Schwarm-Geräte verteidigen können. Die sind nämlich ganz schön gefährlich. Okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zheng die Eingeläte. Trade Eingeläte. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.